hallo und herzlich willkommen zu diesem ersten video in meinem kanal und ich würde sagen wir fangen einfach direkt mal mit der menschen 24 an und der wegberg mod und ich würde sagen wir sehen uns dann gleich sobald ich alles eingegeben habe und bis gleich ich habe es einfach ein guter Lauf So, dann suchen wir mal das Feuer und da oben sehen wir auch schon die Flammen. So, dann kommt auch schon der EW und wir zeigen, ja, dann kommt es ja schon an und dann können wir auch mal gleich Status 4 zurückgeben, dann heißt es, dass wir die Leitstelle der EWs am Einsatzort. So, dann kommt auch erst Ella und dann kann es schon mal auch gleich die Seite Verwirrung und dann erst ein Löschanspruch aufbauen, dass wir schon mal etwas loschen können für die Scheune. Genau, dann gibt jetzt der EW schon mal die erste Lagemeldung zur Leitstelle. So, dann fängt die jetzt schon mal da an, direkt den Löschangriff aufzubauen. Dann sehen wir hier schon mal wieder, schon mal die beiden Personen schon mal einen Schaumangriff aufbauen. Das ist einfach viel wirksamer wie Wasser, weil das auch noch das Feuer erstickt und nicht nur unter die Entzündungstemperatur bringt. Dann sehen wir auch schon mal das Feuer von der anderen Seite, beziehungsweise die Seine. Und da wird jetzt auch genauso wie beim Ella schon mal der erste Angriff aufgebaut. Und weil da unten ein Trant ist, baut jetzt von Fahrzeug zu Fahrzeug sich eine Wasserversorgung auf, dass nachher hier das Ella auch eine Wasserversorgung hat. Dann haben wir jetzt auch schon mal die Drehlade aufgebaut, dass sie mitlöschen können. Und genau, das löscht halt auch mit. Dann noch von der anderen Seite die Schaune mal. Dann haben wir hier nochmal einen weiteren Löschangriff aufgebaut mit der einen Teile, so dass sie dann auch noch mitlöschen kann von der einen Teile. So, jetzt haben wir das eigentlich schon relativ gut unter Kontrolle. Und hier haben wir auch nochmal einen Löschangriff, äh, einen Schaumangriff aufbauen. Hier ist schon mal das Feuer ganz gering, aber jetzt fangen schon da auch die Löschern an zu können. Und dann ist es ganz gut gewesen, dass wir da schon die eine Person mit dem Löschangriff hatten. Dann an der anderen Seite sieht das auch noch ganz gut aus. Hier, der Bereich, ist der erste Teil schon mal gelöscht und mit der zweite Teil drin, jetzt kann ich das noch mal wieder gelöschen. Dann gehen wir mal eine weitere Lagemeldung ab, um dass das Feuer untergeweilt ist, aber mit mehreren Rohren. Weitere Lagemeldungen, mehrere Rohren vorgenommen, Feuer unter Kontrolle, weitere Röntgen vorgenommen, also Schäden kommen. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal.